So, herzliches Willkommen, weiter geht's hier mit Lens of Lohr. Hm, dachte ich hätte gerade was gehört. Ich glaube wir sind jetzt immer noch in dem, ähm, schon mit den Dummtasten geht's etwas besser. Irgendwo in den Minen hier drinnen. Wo ist denn unsere tolle Karte? Ja, okay. Ich glaube wir lassen den Bereich erstmal weg. Ich habe keine Ahnung wie wir da wieder rauskommen. Vielleicht brauchen wir doch irgendwas von irgendwelchen anderen Ecken. Hm, jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? So, aber hier wäre noch eine Tür. Ich glaube da waren wir noch nicht. Hm, hier weiter. Ah ne, das ist keine Tür, sondern, äh, stimmt, das war eine Truhe. Die wir geöffnet hatten. Ja, alles klar. Ja, da unten können wir nochmal gucken. Ob wir da jetzt noch irgendwas reißen können. Wie es aussieht, wartet da schon was auf uns? Ah, hat's schon zerlegt. Ähm, noch eins weiter. Super, hier durch und dann... Halt mal und sind wir hier. Ähm, wie haben wir hier? Das ist Nummer vier. Sehr cool. Das können wir ja gleich mal speichern. Hallöchen. Ja, ist noch was, was ich hier stilles machen möchte. Wie es scheint. Ja, ihr tankt das ja aber ganz schön weg. Ja gut, neuer Abschnitt. Neue Gegner. So, du kannst da nochmal heilen. Wo wir die bei dir, glaube ich, vielleicht nochmal wieder so ein bisschen auf, weiß nicht, Blitz. Hm. Gehen wir noch ein bisschen auf Kampfmagie. Dürfte ja passen, denke ich. So, da geht's jetzt runter. Ich glaube, ich will aber noch nicht runter. So. So. Aber so viel Interessantes scheint hier nicht mehr zu sein. Oh, ja. Schwert. Langschwert heute. Dann. Ja. Alle zu erwarten. Bei dir. Ja, wäre besser, aber da geht halt Schutz drauf. Ich hätte bei dir tatsächlich lieber, dass du hier ein bisschen rumtankst. Ja, dann werden wir das halt notfalls auch noch wegschmeißen. So, die geht jetzt, glaube ich, ganz gut soweit. Damit haben wir da unten alles soweit mitgenommen. Okay, schauen, wo es da oben noch hingehen mag. Jetzt rechts. Halten. Wie sie es anhört, wartet hier bestimmt auch noch wieder irgendwas auf uns. Hä? A log. Ah ja. Wir hätten ja noch einen Schlüssel da. Hm. Also, jetzt kann ich es vielleicht knacken. A log. A log. So. Gucken wir denn unsere Dietriche. Ja. Es ist kein Weg, diesen Schlüssel zu holen. Okay. Knutzt der Schlüssel. Okay. Machst's. Ah, ich glaube, wir kommen wieder nach oben, oder? Ja, sehr schön. Ja, es ist ja schon mal nicht verkehrt. Endlich mal wieder raus. Okay. Okay, wir sind tatsächlich hier unten. Das ist ja schon mal ganz nett. Hm. Den kriegen wir ja auch nicht wahrscheinlich auf. Oder brauchen wir wieder so einen Minenschlüssel dafür? Es ist kein Weg, diesen Schlüssel zu holen. Das ist natürlich schlecht. Das haben wir jetzt leider nicht gemacht. Deswegen sind die wahrscheinlich alle so schlecht gelaunt. Oh. Na du. Ja, sehen. Ich gehe mal gerade auf Stromschlag, dann kann... Unser guter Held auch noch ein bisschen was reißen hier. Hoffentlich. Oder zumindest was machen. Reißen nicht, aber zumindest mal Stromschlag anwenden. Ich denke, dass wir hier auf so einem Trampolin rumrennen. Und die halten wir zum Glück auch nicht so unglaublich viel aus. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Na komm, das klingt doch so als... Jawohl. Geh doch hier. Was um die Ecke. Schön gemacht. Ah, noch ein Schwert. Einmal Rackklinge. Ah, die haben wir gerade schon. Oh. Hm? Ich habe nicht genug Magik. So. Hat er gespawnt, wieso? Ah. Hm, cool. Jetzt kannst du in die Ecke... Und jede Menge Heimtüren. Jawohl. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Dann schauen wir doch mal. Äh, noch eins weiter. Hallo? Hm. Da könnte ich jetzt halt auch wieder irgendwas öffnen mit. Dann schauen wir uns nicht mal um. Ah, dann haben wir uns hier zugemacht, wie es scheint. Jawohl. Oh, noch ein Schlüssel. Für den wir, glaube ich, gerade keinen Platz haben, oder? Hm. Dann füllen wir mal Öl nach. Ab nach unten. Wir sind jetzt... Mhm. Das hat jetzt was gebracht. Oh. Na, beschweren wir dann mal. Okay. Ah, da können wir uns einfach raus teleportieren. Okay. Gut zu wissen. Na, dann. Würde ich aber sagen, wir, ähm... Wir geben uns noch mal nach unten. Olivera in der Hand. Genau. Okay, das war jetzt hier der Eingang, ähm, da geht's runter. Hier kurz orientieren, die falsche Richtung laufen, sehr gut, wünsche ich mir das. Oh, welch gibt's da auch noch? Dann war das jetzt mit dir? Na gut. Jetzt rennt ihr hier alle rum, oder wie? Ah ja. Warum denn nicht? So, sparen wir nochmal, wir sind jetzt wieder hier. Ja, so viel ist ja, glaube ich, hier auch nicht zu machen. Geh halt nochmal da hin und gucken, dass wir wieder zurückkommen. Oh, da. So, da haben wir wieder einen Teleporter. Der bringt mich jetzt wohin? Na genau, wieder in den Geheimraum. Da kommen wir jetzt wieder da hinten raus. So, das war hier rüber, ne? Wir haben ja noch einen Schlüssel hier. Sehr schön. Der macht dann hier zumindest mal auf. Hier ist aber noch jede Menge zu erkunden. Wenn ich mir das mal so anschaue. Oh, Entropy will come back. Ja. Ja. We'll see. Ich glaube, ich würde ja die ganze Zeit mal die ganzen Geheimgänge erstmal mitnehmen. Oder es zumindest mal versuchen. Ja, Doktor, ja. Ein bisschen problematisch mit all den Artikeln in Deutschland. Hallöchen. Doktor, ich muss mich auf die Journalist sein. Because you're watching Doktor Who or General. Okay. Haben wir hier nichts mehr? Ah, your post is a female Doktor. Okay, yeah. Okay, ich scheine aber echt nicht allzu viel zu sein in den Nischen. Außer halt ein, zwei Gegner und ob er herkommt. Schaden kann es nicht. Hauen wir die mal weg. Non-Gel in both. Okay. Ah, that's, that's interesting. Yeah, hier, um, all that, uh, most of the time, usually you took the male gender for or both versions. When you're speaking, uh, of a thing in general or of a job, something in general. Um, but if you have, um, a group of just female people, then, uh, well, women, so, so to speak. Um, um, then you have, uh, you normally add, uh, something like, in, so, male doctor is doctor and female doctor is, uh, doctorin. Yeah. Yeah, with all the special stuff, um, it's, it's not an easy language to learn. Ach, hier ist sonst nichts mehr. Okay. 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 Um, you mean in-game or how to get, uh, through, where is it, level two? Yeah, this part. Not yet. In-game. Um, I think one or two. this one I think yeah I noticed the riddle I think last time I found something but I probably left it because the inventory was full I have a special note do we know which level it is in or are they random okay it's down there maybe I can find it again it seems I have to do a lot of backtracking here that's just for fun okay okay but I think I got everything here yeah we'll see so and that's I've been poisoned I've been poisoned I've been poisoned Okay. Hm. Ah. Wird mal wieder speichern. So, ihr seid wieder fit. Das ist schön. Alle Ruhe durchschlafen können. So, das heißt, wir müssen jetzt nochmal nach unten. Stimmt, jetzt können wir hier weiter. Oh, noch ein Loch. Okay, das gilt nicht für dieses Loch. Na dann. Hello again. Hm, quasi das Gleiche. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es bringt dich zurück zum Anfang. Vielleicht wäre es für später noch hilfreich, aber jetzt waren wir hier, ich kann es noch gar nicht sehen. Kein Lüchen. Nein, nicht heilen. Ja, dann. Dann habt ihr eigentlich... Das mit der Magie dauert halt echt. Ich würde besser kämpfen als unser Hauptcharakter. Hm. Okay. Scheint aber jetzt nicht so viel Interessantes noch zu sein. Äh, außer Gegnern. Das ist nicht gut. Naja, vielleicht reicht das noch gerade so. So, dann komm. Mal kurz... Ausschalten. Spitzelbecher, weiß ich genau, Ginseng. Stimmt, wo waren die? Nein, das war Öl. Ah, Becher, okay. Das ist gold. Okay. Good to know. Full heal. Nice. On the other hand, maybe they are... They are quite... Expensive. So, I can sell them for good money. To anyone, who wants them. So, da oben können wir noch gucken. Nein. Jetzt zum... Auf. Auf. Es ist ja schön, dass es gereicht. Ja, wahrscheinlich. Oren, es ist wahr, dass ich dir gesagt habe. Die Räume sind lebendig. Ich lasse dieses geschlossenen Ort. Jepp. Hm, okay. Hm. Immerhin. Dann haben wir, glaube ich, hier aber auch alle. Soweit mitgenommen. Hm. 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 Yeah. Ja. Rocks that are alive. Hm. Um, we'll see. In dem Moment, I can't make anything out of it. Oh, fuck, der hat ja gar keine Heilung mehr, fällt mir gerade ein. Dann heilen wir mal so. Hm, hier würdest du halt auch mal nach unten gehen. Na komm, schauen wir uns mal was. Wieso? Ja, der Gassmer, I think we did it in the last stream. But I don't know if you were, uh, were with us. Ah, okay. Bei dir? Ah, okay. Hm. Das ist natürlich nicht so praktisch. Vielleicht müssen wir dann irgendwo das Wasser ablassen. Klar. Dann. Lass uns nochmal zurückgehen. Hi. Okay, jetzt auch wieder was zum Drehen. Hm. 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 Okay, dann müssen wir wieder was aufgeben. Das ist jetzt nicht so schön. Puh, ja. Soviel dann dazu. Ja, das war tatsächlich gar nicht mal so angenehm. Wir sind jetzt aber genau Level 3 tatsächlich. So ein Knopf. Dankeschön. Soviel, okay. Hm. Schön. Noch irgendwas zum drauflegen. Ufeisen. Wir ticken es halt erstmal einfach weg. Ah, okay. Ah, okay. The rocks. Hmm. Cool. Okay. Da könnte noch was rumliegen. Haben wir doch. Wenn wir nur ein besseres Werkzeugen hatten, wie ein Pich. Oha. Metsch. Ja, es ist cool in mehr Wagen als eine. Genau. Ah, so. Das wär's mit euch dann. Da geht's glaube ich auch erstmal nicht weiter. Speichern und weiter geht's. Keine Geheimgänge? Dann haben wir euch doch mal so weg. Wenn ich... Bedingen wollt. Ähm... Oh, gut. Wir haben schon eine. Das passt. Das passt. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Wir sind nicht mehr. Das passt. Bis zu einem Segel. Ja, die hauen tatsächlich schon rein, die Viecher hier. Okay. Ich glaube, wir müssen hier noch eine Runde ruhen. Das ist wohl nicht mehr die Picke, okay. So, kommt einfach mal her. Lange sie einzeln kommen, geht das ja alles noch. Dann können wir jetzt nochmal hier weiter. Hier war erstmal nix. Ah ja, genau. Hm. Hm. Wo hatten wir denn jetzt das Nest gehabt? Oh, okay. Warum nicht? Scheint tatsächlich effektiv zu sein, dieser Eis-Zauber. Okay, wir haben noch einen Teleporter. Den möchte ich jetzt noch nicht unbedingt nutzen. Äh, hier geht noch was ab. Hm, okay. Schlüssel. Plus. Oh. Hallo. Dann frieren wir dich nochmal kurz weg. Oh. Hallo. Dann frieren wir dich nochmal kurz weg. Kräft an. Kräft an. Kräft an, ok. Da sorgen wir mal für ein wenig Ruhe. Das würde ich ganz gerne ein bisschen mehr Zaubern mit ihm Telefonnummer 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 Hm, das wären alle Stasionen Ah, okay, yeah Yeah, maybe it's a Looks or seems like a Telefonnummer or stuff like that Nice We didn't miss it Da unten könnte es noch weiter gehen Hmm Hmm Puh, ist doch alles ziemlich verwinkelt hier Gut, aber da unten geht es mal noch weiter, wie es scheint Ah, praktisch Bitte schön Und wieder ausruhen Und man könnte eigentlich mal wieder speichern, denke ich Hallöchen Da haben wir wieder ein Hebelrätsel Eine Truhe Cool Und noch Platz Hm, okay, ja genau, hier haben wir dann die Hebel und da geht es wahrscheinlich weiter Schrägstrich raus Ah Ich glaube, als viel können wir jetzt hier aber noch nicht reißen, soweit ich weiß Ah, vielleicht ist der Mensch Ah, vielleicht ist der Mensch Cool Ja, wahrscheinlich Sehr schön Das war witzig Das war tatsächlich ganz witzig So, dann schauen wir mal, wo das uns hinkriegt Aber hier sind bisher noch keine Monster Das ist ja ganz nett Das ist ja ganz nett Dann machen wir mal Dann machen wir mal Von dem? Okay. Ich glaube, wir haben uns auf jeden Fall mal genug Kohlen. Ich glaube, wir gehen dann mal wieder zurück. Speichern auf jeden Fall mal. So, kann sein, dass das irgendwie die Weichen stimmt. Gucken wir mal. Ja, scheint so. Hey, wir sind jetzt hier angekommen. Okay, coole Sache. Dann wird noch einen abgenutzten Schlüssel. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch auf. Na du. Okay, ich glaube, ohne Einfliegen können wir nicht allzu viel reißen. Den Eindruck. Na gut, immer Zauber hier dabei halten. Wow. Wow. Schade, ich habe beide gereicht. Ja, das wurde sogar knapp. Ja, das wurde sogar knapp. So, dann dürfen wir jetzt ja in Level 4 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, bringt das mit nichts. Okay, Teleporter. Okay. 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 Mal nachschauen. Keine Ahnung, was das gebracht hat.